hallo und willkommen bei einem weiteren video heute das thema location location ist sehr wichtig für den fotografen denn dass die location sehr viel über das bild ausmacht wissen nur die wenigsten ihr könnt einen alten opa gerne in die disco packen aber das passt gar nicht geht raus und checkt die lage was die welt zu bieten hat an location es gibt so viele verschiedene locations wie heruntergekommene häuser wie wälder straßen oder 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 es gibt so vieles was ihr erleben könnt warum habe ich ab und zu oder die meiste zeit mein handy dabei einfach deswegen weil ich meine große kamera garantiert nicht jedes mal dabei habe wenn ich irgendeine location finde was mache ich also ich fotografiere die location setzt irgendeinen spruch drunter zumindest einen satz den ich später weiß da und da ist es und wofür ich das gebrauchen könnte so also weiß ich ganz genau da ist die location für dieses und jenes foto geht raus schaut euch um denn ihr findet sicher geniale locations es reicht schon wenn ihr einen wald habt wenn ihr heruntergekommenes habt das reicht völlig aus das macht sehr viel vom bild aus ich hoffe mit diesem video konnte ich euch einen kleinen tic weiterhelfen und wir sehen uns dann beim nächsten mal ja